Und generell, was ist dein Highlight heute? Mein Highlight ist, dass ich fast keinen Unterricht habe. Herzlich Willkommen bei Habtabas TV, liebe Zuse. Heute in der Landesberufschule Walddeck unterwegs, neben mir die Martha Umhack. Grüß die Martha. Schön, dich wieder zu sehen. Ja, und die Martha wird euch gleich erzählen, was gibt es denn heute? Ja, wir haben heute unsere Türen geöffnet und präsentieren unsere 15 Lehrberufe. Okay, wie schaut das aus? Was habt ihr vorbereitet? Ja, wir haben verschiedene Stationen, wo wir unsere Besucherinnen und Besucher durchführen. Speed-Dating zum Beispiel, Heferl gucken und so weiter. Im Hintergrund kann man sehen, da geht es um Aktivitäten auch. Ein besonderes Highlight ist ja heute ein Wettbewerb, liebe Martha. Was gibt es da heute? Ja, es gibt den Landeslehrlingswettbewerb für die Gastronomie. Also 17 Köchinnen und Köche, 14 Restaurantfachleute und 3 Hotel- und Gastgewerbeassistentinnen geben. Ihr Bestes und am Ende des Tages wird der Beste des Landes gekürt. Super, ich sage einmal Gratulation zum Tag der offenen Türen. Ganz viele weiterbildende Schulen sind heute da, die sich das Berufsbild anschauen. Ja, liebe Zuse, begleitet uns beim Tag der offenen Tür. Herzlich willkommen in der LBS-Valtec. Wir sehen uns beim Tag der offenen Tür. Wir sehen uns beim Tag der offenen Tür. Ja, was für Schule ist das hier, wenn ich frage dir? Europaschule Wiener Neustadt. Alles klar. Was habt ihr heute schon an Eindrücken gewinnen können für die jungen Leute? Also die haben erstens einmal die besten Führerinnen gehabt, das muss ich jetzt sagen. Ich habe zwar die Namen vergessen können. Wir haben die Kassen, die zwei Mädels. Bitte? Wir haben unsere zwei Damen geheißen. Ich habe eins und die zwei. Okay, wir werden sie erwähnen dann. Ich würde sie auf jeden Fall erwähnen, weil die wirklich super waren. Die haben sich sehr Zeit genommen. Gehen jetzt mit den Kindern noch einmal alles durchschauen. Perfekt. Ja, liebe Zuse, hier sind wir schon in einer der Küchen, wo fleißig gekocht wird für den Wettbewerb. Links und rechts die Juroren. Wenn ich fragen darf, von wo seid ihr? Wer seid ihr? Neunkirchen, Niederösterreich, Hotel-Restaurant Osterbauer, bin der Geschäftsführer. Alles klar. Bitte wer ist da? Ich komme aus Nähe Weitra, aus dem Malbert-Harbach und bin dort Zuschef. Alles klar. Gut, wie schauen die Bewertungskriterien aus und was wird heute bewertet? Ja, wir haben eine Bewertungsliste. Sie sehen es ja da an der Hand. Wir haben da verschiedenes anzukreuzen, was halt nicht so ist und was halt gut ist und schlecht ist. Aber im Prinzip sind alle recht gut drauf, die Lehrlinge. Wir sind stolz, dass wir so viele auch haben heute, hier haben bei uns, 19 Köche. Und ja, schaut gut aus. Alles klar. Wie viele Gerichte, ein guter Schnitt, super. Wie viele Gerichte müsst ihr jetzt bewerten? Also wir haben jetzt in unserer Gruppe sechs Kandidaten und jeweils drei Gerichte, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und zusätzlich haben wir eine Mystery-Aufgabe gehabt, da haben wir die Sauce Muslim jetzt gezogen und die wird uns zwischendurch zubereitet. Genau. Also liebe Zuschauer, es bleibt spannend. Ich glaube, wir zwei Herren, wenn wir heute nur veressen, schauen wir weiter, was da noch so passiert. Dankeschön. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Tag. Ich sehe es, ihr seid schon am Gehen. Wie hat es euch gefallen, der Tag da vor der Tür? Ich denke, er war sehr gut informativ aufgebaut. Große Abwechslung. Wer Interesse hatte, konnte viel mitnehmen. Und wer weniger Interesse hatte, konnte viele Gegenstände mitnehmen. Du bleibst mir jetzt da, mein Freund. Wenn du es schon so magst, bist du bei mir im Fernsehen. Wie hat es dir heute gefallen? Mir hat es super gefallen. Was willst du mehr werden, wenn du groß bist? Ich möchte Mechaniker werden. Und ohne Polizist. Oder Polizist, aber gefallen ist er trotzdem heute? Ja. Super. Und dann schönen Tag, ab in die Schule. Ja, grüß Gott, grüß Gott, einen schönen Tag. Wie geht es euch heute? Wird ihr schon nervös? Ja, es war die größte Neuvisität, die ist vorbei. Es ist schon alles vorbei. Das heißt, du wartest nicht mehr auf die Bewertung. Ja, es ist eh recht gut gekriegt für mich. Nur mal warten und dann schauen wir mal. Wie ist es dir so gegangen? Ja, am Anfang war ich schon nervös, aber im Laufe der Zeit ist das verschwunden. Und ich habe auch ein recht gutes Gefühl, da ist heute was drin. Ich wünsche euch, ich wünsche euch. Na dann schauen wir mal weiter, was sich tut. Toi, toi, toi auf jeden Fall. Okay. Ja, liebe Zusier, hier ist der Raum, wo jetzt die Bewertungen sind für die Kellner, für das Tisch eindecken. Jetzt hören wir mal kurz die Jury fragen. Darf ich kurz einmal fragen, wie haben sich die jungen Menschen bis jetzt angestellt, wie ist es ihnen ergangen? Sie sind top motiviert, wirklich. Und sie sind auch wirklich, wie soll ich sagen, sie haben so eine Freude dabei, dass sie das machen können. Das ist ja wichtig, glaube ich, Freude bei dem zu haben. Gibt es schon Favoriten? Gibt es schon eine kleine Entscheidung? Nein, absolut noch nicht. Es ist noch nichts ausgewertet, also schauen wir. Ja, liebe Zusier, bei mir der Franz Dinobel, Landtagsabgeordneter Christiane Dinobel. Schön, Sie da heute zu treffen. Was sagen Sie zum Tag der offenen Tür in der Landesberufs-Jobitek? Zum Ersten ist es wieder schön, dass ein Tag der offenen Tür stattfinden kann. Ich glaube, der letzte war 2019. Da durfte ich auch da sein. Jetzt ist es Gott sei Dank wieder möglich. Und es ist schön zu sehen, wie sich junge Menschen hier engagieren, in den verschiedensten Bereichen des Lehrlingswesen. Wenn man hier durchgeht, den Duft der guten Mehlspeisen, beziehungsweise der guten Essen riecht, beziehungsweise waren wir auch gerade bei den Einrichtern, die hier in Perspektive Küchen gezeichnet haben. Das sind ja wahrliche Kunstwerke. Da sieht man, wie engagierte junge Menschen sind, wie sie sich ausbilden, wie sie sich fortbilden. Und auch schön, dass es die Möglichkeit gibt, hier in diesem schönen Ambiente, hier, wenn man hier hinausschaut, man sieht die Natur vor der Haustür. Ein schönes Haus, wo die Lehrlinge ausgebildet werden können. Für mich als Landtag abgehört hat eine Freude, hier zu sein und das Treiben hier mitzuverfolgen. Man merkt, die Freude ist groß. Herr Dinobel wünscht Ihnen eine gute Unterhaltung und Mahlzeit. Ich glaube, Sie haben jetzt wirklich einen Gustav gemacht. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, das war es heute mit dem Taktoffen und hier aus der Landesberufsschule Valdeck. Das war Wahnsinn. Im Hintergrund, die Sieger sind schon gekürt worden. Ich muss wirklich sagen, Gratulation, toll gemacht. Essen war gut, der Besuch war jede Menge hier. Also die Schulen haben sich wirklich toll das Ganze anschauen können, die Lehrberufe. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei HabterwasTV. Führt euch einen schönen Tag, Baba. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020